Bergtholen. Schaut mal. Wo bist denn? Tohle, bleib da. Erster Gipfel erreicht. Atmunder Kölbling. Zweiter Gipfel jetzt da drüben. Schaut zu rechts ist der Atmunder Reichenstein. Links, den Spitz, der ist her wie das. Da sind wir 1200 und der ist über 1300 da drüben. Da ist der Sparerfeld. Und das ist unser dritter nach unten von Obiga. Wir sind ja da weit unten. Kommen wir jetzt vielleicht G4. Das ist der dritte da drüben. Riffelspitz von Obiga ist das der. Vielleicht zeigen wir da, wo wir aufhören sind. Nein, unter den Felsen. Da unten sind wir aufhören. Da ist jetzt blöd zum beschreiben. Jetzt gehen wir da hin. Ersten Gipfel dann um den zweiten. Und dann runter geht drüben. An oben und da den dritten. Und da vorne ist der Kreming. Und da Dachstein. Schaut. Kreming vorne, der vorderen, hinten Dachstein. Und so weiter und so fort. Große Bürger aus der Hallermauern, Scheiblingstein. Weiß ja. Überweiß ist es wurscht. Kurz halten. Max. Führt euch bis zum zweiten Kipfel. Passt schon. Tschau. bis zum zweiten Kipfel.